Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab Februar 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Bilg. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 74 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 1350 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017